3, 2, 1... Hallo Leute! Ich hab dir das auf WhatsApp geschickt. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Raft Folge, keine Ahnung, ich hab absolut keinen Plan. Es war gerade so funny. Oh stimmt, wir haben hier so'n Dings. Jaret ist auch dabei, ne Leute, ihr kennt ihn und man hasst ihn. Spaß. Das steht ja auf einem Schreibtisch, jetzt läuft der über meine Tastatur Hilfe. Ach ja stimmt, rett seinen Hund irgendwie hier, der macht gerade ein bisschen Problemchen, aber das ist ja kein Ding, weil ich bin ja da. Wir haben jetzt so'n Baumding, ich war ja in der letzten Folge irgendwie nur so ein Fünftiger war ich da. Ja. Danke. Ja genau, schaut mal vorbei, wenn ihr wissen wollt, was da genau Sache war. Äh, genau. Schaut einfach in den Playlist, schaut euch alle Folgen an. Also einfach. So, wir sind gerade an der Insel, an der Rieseninsel und ich wollte gesagt, da mein Kind gibt's einen Vogel. Der Vogel, die eine Ahnung. Und ähm, der wirft so mit Steinen nach dir, also der kann auch nicht damit machen. Geiler Vogel, alter, hä, ich will den kennenlernen. Nein, Jure. Ach ja, und, ach, und, ach, und redzt seinen Hund, äh, wie heißt er gleich, Floki. Der will irgendwie seine ganze Zeit sein Setup fressen. Ich weiß nicht, was der für einen Tick hat, aber ist schon mal so. Oh, nur, das ist nicht gut. Obviamente, ja. Da ist so'n Steckdosenverlängerungs-Kabel, und da sollte er nicht reingehen. Junge, jetzt entlastet doch mal. Hehehe. Haben wir doch Baum-Saplings? Ja. Dann pflanzen wir doch hier mal. Ja, Red ist halt heute nur so halb dabei, aber egal. Du bist toll dabei, ja. Weiß ich nicht, Digga. Fall der Fälle sperre ich den einfach in die Wohnung, und dann mach ich meine Zimmertür zu. Dann hab ich Ruhe. Och, Mann, alter. Ich hab gar nichts. Hast du noch Holz? Ja. Ich hab alles in der Chest drin. Scheiße, wir haben kein Holz. Ja, ich hab Holz. Ja, doch, hab ich. Warum? Ja, weil wir hier Feuer brauchen. Wir essen. Der ist schon wieder in der Ecke. Was willst du jetzt? Sag mal, ich hab jetzt meinen Steckdosenverlängerung, jetzt kannst du da mal ein bisschen... Bruder, was ist mit dem? Ich will doch nur aufnehmen. Ne Möwe. Ach, ne Möwe hab ich auch gekillt, by the way. Ah, cool. Und jetzt ist sie wieder da. Naja. Ich hab mal Holz auf den Grill gemacht. Oh ja, das ist aber nicht... Auf meinen einzigen Grill? Ach, come on, ich trag dich jetzt in die Wohnung. Okay, tschüss. Ja Leute, ich mach jetzt alleine hier. Weiß nicht. Oh, es wird jetzt schon Tag. Da gehen wir schon mal gleich auf die Insel. Wir gründen die mal so ein bisschen. Ich ess mal... Ich ess erstmal... Alter, ich ess erstmal erstmal noch... Ich hab jetzt mal ein bisschen holt Zwiebeln. Wack wir holen Zwiebeln. Ist ja nicht so, als hätten wir gebratenes Hai Fleisch in der Kiste. Haben wir das? Ja. Schade. Ne. Das heißt, das Spiel bei mir laut Hilfe, ey. Ich muss jetzt mal ganz kurz irgendwie... Ja, bei mir ist es perfekt. Ach, come on, ich geh dann jetzt einfach auf die Insel. Okay, let's go. Der Hai greift gerade an. Oh, lol. Er ist tot. Lass uns erst unter Wasser looten. Wow, ich bin runtergefahren. Ja, dann looten wir unter Wasser. Pass aber auf, hier gibt's nen Kugelfisch. Ah, den greif ich jetzt erstmal an. Oh, ein Pufferfisch. Nein, geh weg von dem! Achtung! Oh, er ist tot. Ja, jetzt ist da alles verseucht wegen dir. Ach, tut mir leid. Hättet ihr uns irgendwas gebracht? Ja. Oh. Was? Er hätte uns ein, äh... Schleimiges Pulver gegeben oder so. Schleimiges Pulver gibt keinen Sinn. Ne, explosiver Schleim oder so. Den hätten wir braten können, und hätten wir ein explosives Pulver gehabt, dann hätten wir TNT bauen können. Und was bringt uns TNT? Ich bin hier nicht in Minecraft. Digga, du bist ja schon wieder hier! Hallo? Hallo? Oh, ich hat Trinke, scheiße. Sag mal Kailo! Ja. Junge, ich baue hier gleich ne Wand. Alter. Das lässt du jetzt bleiben. Nein. Nein. Ja, das musst du ihm wirklich sagen. So ein Hund, Alter. Ja, er ist halt auch ein Welpe, das ist das Problem. Er hört auf nichts und niemanden, Alter. Junge. Junge. Ich würde ihm schon mal die Spuren geben, ne? Wenn du jetzt weiter stehst. Ich hab dich jetzt zwischen meinen Beinen. So. Da bleibst du jetzt auch. Okay. Lol, da ist gerade wieder ein Pufferfisch explodiert. Jetzt leckt er meine Beine ab. Alter, Hilfe! Kitzelt! Was bringt das, wenn ich so ihren Fisch warm angreifen? Nichts. Die sind einfach nur Deko. Ja, so. Genau. Ich geh jetzt mal auf die Insel. Ja, kannst du bitte aufhören, alles was ich anhabe abzulecken, Flocki. Danke. Ey, du hast so Probleme mit dem Hund. Ja, irgendwie schon manchmal. Aber selten eigentlich. Wenn ich mit dem ganzen Tag alleine bin, benimmt er sich halt. Aber irgendwie abends treten. Immer wenn Wolfi da ist, dreht er komplett durch. Nee, Wolfi ist noch nicht da. Er ist doch sein Elch gegangen von alleine. Jetzt chillt er da. Das ist nett. Danke, Flocki. Ehrenmann. Der Ehrenmann. Leute, hast du so nen Ziel oder was das ist? Ja, die kann man, äh... Ich greife die mich auch an? Nee, es gibt ein Wildschwein, was dich angreift. Die Leute, da gibt's nen Laden. Ich hab hier so nen Dings gefunden. Was ist das denn? Ne, der Vogel kommt. Öffnen? Ach, das ist der Laden. Ah, ja. Was soll ich mir denn kaufen? Ja, du kannst dir noch nichts kaufen. Wahrscheinlich, oder? Oh, shit. Das ist ja erst mit dem Update reingekommen. Das kenne ich ja selber auch noch nicht. Handelsmünze oder Müllwürfel? Oh mein Gott. Geil. Wieso regnet es eigentlich? Die Sonne scheint. Ich versteh's nicht. Oh, jetzt lass es fliegen. Äh, fliegen. Bleiben. Wir müssen Fische fangen. So exotische Fische. Ja, das können wir mit den besonderen Ködern. Danke. Jetzt geh wieder auf dein Elch und Schirm. Mach mal ne neune, Alter. Ach, ich sollte mir mal ne Axt kraften. Ja, hinter mir. Das ist schön. Aber ich hab nix für ne Axt. Ja, ich fahr mir grad die ganzen Bäume ab. Alles gut. Ja, das hat ja auch nur Mango Pflanzenbäume. Ja, die hab ich auch schon mal abgebaut. Davon hab ich auch schon ein paar Samen. Du bist so. Keine Ahnung, ey. Ich krieg auf jeden Fall ordentlich Holz hier auf der Insel. Das ist gut. Ja, Holz ist auf jeden Fall geil und wichtig. Und richtig. Ich bin gerade bei dem Einkaufsladen. Und dort ist so ein Elch oder so. Pass auf, es gibt auch Wildschweine oder so. Die greifen dich an. Ah, okay. Ja. Oh, da ist glaub ich der Vogel. Ich hab glaub ich dem Vogel. Ja, der Vogel ist ein riesiger roter Vogel. Oh shit, der hat jetzt ein Stein aufgemacht. Oh Gott. Ja, genau der wirft da mit einem Stein nach dir. Hälter, was ist das denn für ein Psychopath? Ja, schlimmer als Manuel. Also Daydreamer ist eigentlich so ein bisschen der Psychopath, ne? Das finde ich auch. Der sieht auch aus wie so ein Psychopath, ne? Richtig asozial. Die Märchen, das ist heute so die Folge. So richtig alleine und traurig. Ja, wenn ich, sagen wir es so, wenn ich ihn so sehe, dann denke ich mir auch schon, hab ich manchmal schon so ein bisschen Angst vor ihm so. Ja, vor allem nachdem man dir diese Sachen zusammen gemischt hat. Ja, vor allem nachdem man mich so gefühlt kriegen wollte. Diese Mischart hat er wirklich gefühlt umgebracht, Alter. Oh mein Gott, ey. Einfach Hashtag eins, äh, keine Ahnung, Mordversuch an Rett. Ja, ne, schau auf jeden Fall bei Daydreamer vorbei. Aber er traut ihm nicht. Ich kann keine Bäume mehr abfarmen. Ich hab keine Axt mehr. Och, was kannst du denn? Dann bau eine. Genau, hinter dir. Ich hab keine Steine im Winter. Ja, wo auch. Miker, bleib mal kurz stehen. Wieso? Da hätten lauern Gefahren auf dich. Warte, ich geh vor mit dem Metallspeer. Was ist das denn? Man kann ja Schaufel haben. Das ist ja asozial jetzt. Alles mein Loot. Kannst du hier graben? Müllenfinz? Wir müssen noch einen Schaufel bauen. Hast du zufälligerweise zwei Schrott im Momentar? Äh, ja. Weil du unter Wasser gefarmt hast? Gib mir die mal. Danke, jetzt kann ich mir eine fortgeschrittene Axt machen. So, jetzt hab ich eine Metall-Axt. Gerne. Danke. Jetzt kann ich wieder hochgehen und kann ich nochmal ganz auf die Insel rennen obendrauf? Fein, jetzt liegst du hinter mir und schläfst. Das find ich nett. Und kann mit oben nochmal das Holz abfahren und dann können wir eigentlich auch schon weiterfahren, weil unter Wasser wir hier nur ein Loot kriegen, was uns jetzt grad nichts weiterbringt, weil wir brauchen ja gerade einfach nur... Materials, Alter. Oh Gott, Alter, da war ja diese Falten. Wir brauchen meiner Meinung nach aktuell einfach nur ein größeres Raft, mehr nicht. Ja. Dass wir unser Raft mal upgraden können, aber wir haben halt keine Ressourcen dazu. Und an die Ressourcen kann man auch grad irgendwie nicht richtig ran. Oh, vielleicht überflüssig? Aua. Woher geht es mit der Axt jetzt schon in der Axt? Scheiße. Ich habe ein bisschen Probleme, glaube ich. Wieso? Da ist ein Wildschwein, das jetzt ein bisschen pisst ist. Achso, ja, das wird schnell wie Steine schmeißt. Der steinigt. Ey, ey, ey. Also ich muss sagen, Holz haben wir jetzt viel, weil hier gibt's viel Holz abzufahren, aber... Wir brauchen halt viel Kunststoff halt auch. Bin ich im Wasser sicher von dem Vogel? Ja, vom Vogel schon, vom Hai aber nicht. Ach, stimmt. Ey, überall lauern gefahren. Ja, ein Raft sowieso. Ich habe unser Raft sowieso verloren, ey. Ist irgendwann... Hallo. Ich bin bei dir, hallo. Ist irgendwo an der Insel. Ja, irgendwo, Bruder. Hier laufe einfach mal ein Kreis so. Da ist das Wildschwein, das sehe ich. Aber da gehe ich jetzt nicht hin, weil da ist noch ein Baum. Aber scheiß auf den einen Baum, Junge, da ist ein Wildschwein. Hast du die Mangobäume geholt? Ja, oben. Die drauf, meinst du? Ja, ja. Da stehen noch zwei, weil da meine Axt kaputt gegangen ist. Aber wir haben... Also Mangos habe ich ja... Die Samen habe ich von den Bäumen, ja. Nice. Ich habe jetzt insgesamt 51 Holzplanken von der Insel bekommen. Komm mein King, lass uns zu Hause gehen. Ich bin zu Hause, mehr oder weniger. Echt? Ja, mehr oder weniger halt. Was heißt mehr oder weniger? Also ich bin jetzt zu Hause jetzt. In welche Richtung bist du jetzt weiter gerannt? In die, wo du an mir vorbei bist? Keine Ahnung. Ja, einfach gerannt halt. Boah, ich habe ein bisschen... Ich muss ein bisschen aufstoßen, ey. Warum dieses Mal? Ich habe wieder so ein Shake trun. Ich glaube, die Shakes tun mir nicht so gut. Der Heil greift, glaube ich, an. Ja. Echt? Ah, ja. Da. Da ist er ja. Unser guter Mo. Alter. Wieso habe ich denn hier nur eine rote Beete angepflanzt? Was ist denn mit mir? Alter. Höh? Ich bin... Dezent verwirrt gerade. Oh, wir haben ja einen Anker gedingerst. Ich mache mal den Anker weg. Wir fahren mal weiter. Oh shit. Oh mein King. Ich bin aber dursten so ein bisschen gerade. Oh, wir haben kein Wasser mehr. Bade. Ich habe gerade das letzte Wasser getrunken. Und jetzt ist meine Wasserleiste voll. Und jetzt ist meine Hungerleiste wieder. Alter. Was ist eigentlich das für ein Seegang hier? Bist du? Bist du? Ja. Genau. Oh, ich habe übrigens rote Beeren gefunden. Ja. Habe ich auch welche. Die brauchen wir dann später fürs Kochen. Ah. Tut mir leid. Oh ne. Was fällt dir ein? Einmal mit Profis. Einmal mit Profis. Einmal mit Profis arbeiten. Boah, ich wollte eigentlich mal ein bisschen das Neues auch craften, so oder? Was soll ich da noch machen? Was können wir denn auch noch craften? Was können wir denn auch noch craften? Die Leiterplatte müssen wir mal machen. Kunststoff, Kleber und Betaldinger hier. Danke. Das ist geil. Jetzt kann man mittlerweile auch craften, wenn das Zeug in der Kiste ist. Wenn man in der Kiste ist. Ach, die Leiterplatte haben wir schon erforscht. Oh mein Gott, bin ich dumm. Ach stimmt, deswegen konnte ich die auch craften. Ich bin ja voll behindert. True. So, das hier können wir noch erforschen. Können wir noch... Oh, man kann... Ja stimmt, man kann Flaschen. Wir machen mal eine Flasche, Alter. Ich benötige Kunststoff herstellen. Erforschen. Jetzt haben wir eine Taucherflasche gelernt, ey. Ja moin. Wolle... Ach, genau. Und hier ein Fernglas auch noch. So. Und jetzt tun wir das erst... Warte mal, wir können doch den Empfänger und die Antenne machen. Wir müssen erst mal das Floß erweitern. Ja, ich denke... Wir brauchen auch mal wieder mehr Lagerplatz, Alter. Ja, generell. Wir brauchen einfach mehr Fläche, halt. Hast du Blätter zufälligerweise? Äh, sollten eine Kiste sein. Hab ich gefunden. Ich habe noch eine Kiste gemacht. Alter, was greift sich der Vogel denn hier noch an? Der Ehrenmann. Was für Ehrenmann, Alter. Ich muss jetzt endlich eine Axt kraften. Den könnte ich auch endlich mal ein bisschen irgendwie was Produktives machen. Hä? Auf einmal war bei mir der Sound weg. Ja, bei mir auch kurz. Ah ja, jetzt kann man den abbauen. Du und deinem Hawaii Hemd da. Na, ich chill habe hier mein Leben, Alter. Ich chill habe hier mein Leben, Alter. Alter, du hast schon wieder das Wasser nicht nachgefüllt. Ja, das ist eine Lüge. Das ist keine Lüge. Du bist eine Lüge. Ey, hörst du per Zufall den Podcast von Palle und Manuel? Ja, höre ich. Wie findest du ihn? Ich finde ihn gut. Aber irgendwie auch. Also, ich muss sagen, ich finde manche Sachen so ein bisschen übertrieben. Das gebe ich immer so ein bisschen. Aber ansonsten. Nee, ich finde es einfach lustig. Wir waren die Roleplays immer geil mit Manuel Stimme, wenn er da die Großmutter spricht, die vom Palle immer abgestochen wird. Die Junge sind einfach so brutal, die die Jungs, Alter. Ja, Alter. Wusste ich gar nicht. Unsere Kollegen, ja Leute. Schön wärs, Alter. Ja, im Grunde genommen sind es unsere Kollegen, ne? Ja, Arbeitskollegen. Ja. So, wir können doch auch mal bestimmt mehr Sammelnetze machen, oder? Ich wollte grad sagen, ich mach mir das mal so ein bisschen zur Aufgabe, wenn das okay ist. Für unser Raft auch noch mal ein bisschen... Ah, Gott! Ich bin ins Wasser gefallen. Hilfe, ich brauch Kunststoff mehr. Wir haben keinen Kunststoff mehr. Oh, du hast gerade den High getriggert. Ich hab den ganzen Kunststoff grad verballert zum Erweitern. Als ob. Wir hatten so viel Kunststoff. Ja, das waren ein Steck oder so. Das waren 20 oder so vielleicht. Oder 40. Ja, entscheid dich mal. Ja, halt viel. Aber ist ja egal. Also nicht so viel. Halt viel. Hier müssen noch... Ich brauch noch zwei... Ich hab auch keine Planken mehr. Hier hab ich auch alle verbauert. Ja, perfekt, Leute. Alter, ich würde sagen, wir sind hier gerade mit unserem Raft ein bisschen am rumcruisen noch in der Dämmerung. Wobei, Dämmerung ist eigentlich schon... Scheiße. Die Dämmerung ist eigentlich schon vorbei, aber... Jetzt fängt das schon wieder an zu regnen. Ja, eben. Es fängt an zu regnen. Es wird Nacht und alles. Ich würde sagen, ihr seht uns wieder bei der nächsten Folge von Raft bei Redzheim-Kanal. Schaut in die Playlist. Schaut bei Redz vorbei. Lasst ein Like oder ein Abo da. Oder würde ich sagen. Alter. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi. Aua. Aua. Geiler Schluss.